Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone, ich wüns wir PirateNLP. Ja, letzte Runde war mal ultraschnell, gigantisch, äh, gigantisch schnell. Ich glaub, fünf Züge haben wir gebraucht, um den Platz zu machen. Hammerhart. Das ist voll die Idee. Einfach alles raus spammen und immer direkt angreifen. Wir haben auch gute Karten gezogen. Ja, mal schauen, wie diese Runde laufen wird. Das wird auch erstmal die letzte Runde sein, die ich heute spiele, nehme ich an. Ich hoffe, ich kann die zwei Fünferkarten legen. Also die, die fünf Mana kosten. Anduin, was geht ab? Meine Hass, mein Hassdeck. You ask for it. Ui, wir dürfen wieder als erstes. Suche, suche. Zack, zack. Und was ziehen wir? Hm. Ha. Bitter. Du darfst, mein Freund. Darf ich? Dankeschön. Äußerst mogel von dir. Ui, Merlocrader. Whenever you play a card game. Plus 1,1. Halte. War so klar. Diese Provokation da noch. Give me a quest. Give me a quest. If you're sure. If you're sure. Nächste Runde haben wir vier. Da rufen wir den Merloc. Und die Zauberkarte setzen wir ein. 3. Okay. Die deutsche Fünfer. Die Quest fehlt. Klasse. Das Problem ist, das funktioniert nicht so ganz gegen den, weil der sich heilen kann, wie so ein Wahnsinniger. Ich glaube, der hat sogar so eine Karte, die 10 HP heilt oder so. Nächste Runde haben wir Fünfer. Ui. Starker Gegner. Was machen wir denn da? Ähm, da machen wir folgendes. Zack. Ich kann ja eh mit dem nicht angreifen. Also warum sollte ich den attacken? Unnütz. Zeitverschwendung. Nächste Runde haben wir sechs. Ähm, ja. Polywarf könnte ich einsetzen. Und Feuerball. I wonder. Ist ne gute Kombination. I wonder. Also nach dem letzten Sieg, der so ultra schnell geht, habe ich übelst viel Selbstvertrauen. Selbst wenn wir gegen Freaksy spielen. Der ja ultra awesome ist. Nein, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Noch nie gehört. I must consider. I must consider, ja. Die zwei Damage. Dankeschön. Und er hat ihn geheilt. That's gay. Zählt halt Spell. Rufen. 31. Zwerg. 31. Und zu bann. Nächste Runde, Star Wars Champion. Klingt nach ner guten Idee. Oder ne Zauberkarte noch. Oder so. Ja, ja. Ja, ja. Macht's gut. You call that a weapon. So. Schauen wir mal. Äh, der Charge. Und das. So. Oh, na. Zack. Zack, zapp, 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 zapp. Ich werde in Skype angeschrieben. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm. Natürlich nicht rangehen. Weil wir mitten im Let's Play sind. I wonder. Da, 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 da. I wonder. Er kostet 18. So viel haben wir leider nicht. Molten Giant. Den, den in Golden möchte ich haben. Das ist bestimmt awesome. Und dafür brauche ich erstmal Packs. Ja, ja. Überleg. Der hat immerhin schon seine zwei. Hier. Deine Karte hat drei Damage. Ich vernichte sie. Arc Mage. Ich könnte die Arc Mage rufen und dann Feuerball noch spielen. Oh, CJ. Er ist ein bisschen hart. Ähm. Schauen wir mal. Schön. Jetzt hat er nur noch fünf. That's super awesome. Für Honour. Ich würde mich irgendwie... Antakt von der Seite oder so. Charge und Divine Shield. That's gay. Das ist... Scheiße. Warum kriegen die immer so gute Karten? Verstehe ich nicht. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich Scheißkarten. Also nur Scheißkarten. Wer ja gelogen nicht dazu sagen würde. Ähm. Ja, ja. Ich hab ihn jetzt wieder beleidigt. Flame mich bitte. Ich muss mich... Ich muss mich... Geht für Minion plus 2 Held. Ah! Nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und er heilt ihn wieder. Okay. Coolio. Ähm. Ähm ähm ähm. I am the blade of the goddess. Sooo. Erstmal heil. Dann sehen wir dich. So. Setzen dann. Feuerball ein. Ähm ähm. De 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 du 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 du. So. Flash eating ghoul. Jetzt fällt er ihn wieder. Boah ich hab ne Nervensäge. Der Mann. Jaaa. Viel mach ich hier nicht ey. Uff. So. De 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 de. Jaaaa. Viel mach ich hier nicht ey. Achso. De 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 de. mal so schätzen darf ich hätte glaube ich mein heil nicht einsetzen sollen dann hätte ich jetzt schon mal ein giant aber das wird mir auch nicht viel bringen da müsste zwei opfern um den zu killen oder der sitzt diese mind control karte ein die kostet 10 und er hat 10 wow er heilt das sind jetzt 9 damage 9 damage die er mir macht das ist ja nur noch 11 so ach das wird so nichts man 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 das sind 11 15 und 3 18 okay einer stirbt derjenige nämlich ja alter ich hasse dieses spiel ja ist das geil und ja heil den ich höre du hast ein problem ich habe noch fünf leben und ein charge vieh super ja was soll ich machen alter da machst du nix egal immerhin haben wir ein zwei viecher sogar gerufen das heißt die quest ist wenigstens zu Ende ja da wicke ich beende die runde die gummi ooooh ja das nervt mich wieder ach aber beende doch einfach diese fucking runde sehr freundlich wir haben gewonnen wir haben ja indirekt gewonnen äh zwei siege zwei niederlagen bis jetzt äh drei siege zwei niederlagen immerhin schon fünf runden ausgehalten äh wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin viel spaß noch ciao